So. Und weiter geht's. Ah, ja, der Sterncup. Vario Stadium, eins meiner Lieblingsstrecken. Die andere Lieblingsstrecke ist auch in diesem Cup dabei. Moment, ich wechsle mal. Ich mag diese Perspektive am meisten. Wow, durchgequetscht. Peach und Donkey Kong. Toll. Oh, yeah. Ah, weggequetscht. Oh, wow, wow, wow. Nö, 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 nö. Wenn ich schon die Chance habe, dass ich nicht rutsche, dann... ...nutze ich sie auch. Wow. Ja, und Peach getroffen. Schön. Hm, 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 hm. Oh, Toad. Oh, schau her. Nö, nö. Zum Glück mag ich immer so eine... äh... ...grossene Bogen. Toad und Peach Oh, voll in die Gerade Ach du Scheiße, was mache ich Und? Oh, fast Ich habe Angst, dass es mich... Ich habe es so geahnt Da muss ich jetzt das Feld von hinten aufräumen Donkey Kong eigentlich auch Den hebe ich mir auf Den hebe ich mir auf Mal sehen, wie weit ich mit meinen Fahrerskills vorankomme Ohne irgendwelches... Und mit Hilfe von anderen Mal sehen, wie weit ich vorankomme Moment, da benutze ich die Okay, Wario hat ein Drehwurm Ich auch Oh, wo ist Peach? Gott, hat die einen riesen Vorsprung Oh Gott, und Pause rückt mich auf die Pelle Zum Glück ist er keine Instant-Banane Aber er kann eine sein, wenn er will Oh Gott Donkey Kong mit Stern Ich muss das jetzt gut abpassen Jetzt Ha 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 Peach abgestürzt Aber sonst keiner Okay Ja, deswegen habe ich mir den aufgehoben War aber auch irgendwie offensichtlich Nö, fahren nicht in der Mitte Die können selbst ausrutschen Und Peach dreht völlig am Rad Oh je, jetzt bricht das Chaos aus Das ist auch so eine interessante Sache Wenn... Wenn einige Leute so weit hinten sind Äh, dann kommen die Die anderen Daher und Ja, quetschen sich zusammen Oh nein, ich darf nicht bewegen Also nicht nach rechts Oh Gott Die drei Schwergewichte vorne Nein, eine schöne Dreierformation Moment Verdammt Meine Schuss-Skills sind für den Arsch Wow Und meine Fahr-Skills auch Aber naja Okay, Mario ist ausgerutscht Äh, Banane, geh weg Äh So Oh Gott, Peach kommt schon wieder Wie die immer durchdrehen Äh So, jetzt mein Bowser weg Ah, Donkey Kong, blöde So Der Rote Hm Hm Nee Perfekt Ah, jetzt ist Donkey Kong schon wieder da Geh mir weg Ah, schön Bam, bam Double Kill Schön Das hat mir jetzt sehr gefallen Boah Das war auch nur noch eine geile Aktion Das ist auch dasselbe, ähm Ähm Ergebnislied wie bei Mario Kart 7 Und ich bin bei Sherbet Land Was auch in der Wii-Version vorkommt Aber ich hab da den Namen So a B-Land heißt da Hm, komisch Oh nein, nein Oh Toll Bin hier Toot Doing Vollgegen gekracht So, mal sehen Äh Ich will Item Give me Item Uh, das kann Uh Ja genau, fahr rein Hä Der hat sich jetzt irgendwie selbst getroffen Naja, mir soll's recht sein Wow Okay Aua Yay Drei Pilze Beim ersten Platz Und Peach will sich kloppen Was ich aber nicht zulasse Oh Nein, nein Hör doch auf zu rutschen So, geh weg Peach finde ich irgendwie nerviger als Donkey Kong Verdammt Oh Hör mir Piorette Und hör auf mich zu Äh Ja Zu stoßen So, Yoshi hat einen Geist Gehabt So, Dreierrot Und Peach entcompt mir Das ist schlecht Wow Nein Oh, ausgerutscht Schön Bestimmt Oh, weiter vorne Geh weg Puh Knappe Kiste wieder einmal Peach geben Die geht mir so oft Wow So oft die Nerven Verdammt Riech Ah, kein Windschatten Komm schon Geil Oh Geiles System am Ende Ah, ich hätte stehen bleiben sollen Dann wäre Donkey Kong noch verpitcht gewesen Aber naja Ich habe jetzt eh zweimal hintereinander gewohnt Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsstrecke Der Royal Raceway Also die Königspiste Wenn man es frei übersetzen würde Okay Go Oh, da kann ich was ausprobieren Ich hoffe, das gelingt mir eher wie Besser wie bei Nein, 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 nein Warum Habe ich dir falsches Haas gedrückt Toll Genauso ein Fail wie bei Ähm Schokomounten Aber diesmal habe ich mehr Zeit zum Aufholen Oh, ach da Die müssten mal so ein Toho-Card machen Mit Äh Neuen Platzierungen Weil ihr versteht, was ich meine Du Oh Gott Leg Leg Und Die geilste Stelle hier Du geh weg Oh yeah Und da kann man das Schloss sehen Man kann eigentlich da auch hinfahren Aber Das bringt sich nicht viel So Erstmal ein bisschen abkürzen Oh, das ist auch eine böse Stelle Das ist aber nur bei der 150er Klasse Und bei der Ähm Ja, bei der Spiegelklasse Ist es so Okay Dann zerfetzt es noch Wow Die hat es aber ziemlich durchgeschüttelt Und tot auch Ach du Ja, genau Alter Was geht da hinten ab? Nein Pilsch darf nicht hin kommen Gott Kriegt nur den Pils Da ist das mit der Item-Vergabe Ziemlich Äh Random So zufällig Oh Pilsch hatte einen Drehwurm Das ist gut Alter Da ist ein Viererauflauf Da vorne Oh, gut Nicht extra aufgesprungen Nein Okay Ich glaube Ich glaube Wenn ich einen Stern habe Komme ich nicht entschleudern Bäh So Irgendwie komme ich da nicht so richtig voran Oh Der zweite schon Und dann überhole ich einfach mal Pilsch wird wahrscheinlich vom Stagelplatz ignoriert Dreht sich aber trotzdem Und tot verpisst sich nach vorne Was schlecht ist Na eigentlich egal, weil Ja Es geht ja um die Oh Oh Item Glück Ich will die Ich will die crashen Was Toll Da wollte ich wieder zu viel Nein Nicht direkt hinter ihn Regel Nummer 1 Fahr niemals direkt hinter Ein Gegner Und das tat höllisch weh Das wird mir jetzt einiges kosten Ach Scheiß drauf Einen wird schon treffen Einer wird wenigstens irgendwas Dummes anstellen Komm schon Ach Nö Und der Goldbild blinkt Immer noch Verdammt Aber Pilsch ist nicht erst dort Das ist ja egal So Mal die Statistik angucken Toll Ich bin ein Punkt vor ihr Okay Ich muss vor Pilsch sein Alles andere ist wieder egal Ja genau Erstmal Unterstützen Pilsch Danke Was so Was ist aus den Steinblöcken geworden Die haben den neuen Anzug bekommen Irgendwie sieht das ziemlich käsig aus Käse Worms Das sieht aber ziemlich witzig aus Wow Also gibt es auch wieder eine schöne Stelle Wo die abstürzen können Uh Weh weh Jetzt müsste er eigentlich theoretisch da Nein 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 Ja er ist abgestürzt Geh weg Ich muss zu Pilsch Nein Die ist schon wieder außer Reichweite Das Nein 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 Darf ich nicht zulassen Geh weg Nein Nein Interessant Die erinnern ihre Farbe Schräg Toll Jetzt kommen die alle daher Oh ich darf Pilsch nicht aus den Augen verlieren Geh weg Verschwindet Toll Jetzt verliere ich sie kaum wieder aus den Augen Nein Nein Ich darf da nicht reinfallen Alter Was geht da ab Warum spackt alles wieder so ab Pilsch sollte mal einen Drehwurm kriegen Wenn nicht du Luigi Nein nicht zu rutschen Na vielleicht geschieht noch ein Wunder wollte ich sagen aber nee 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 Toll Fünfter Vierter Vierter Fünfter Toll Pilsch hat es geschafft Wow Toll Wenn man bedenkt Es hat so schön angefangen Gott Acht Kann ich da noch was machen Ich glaube ich nicht Kann ich noch ein geiles Item kriegen Ja Ich hätte mal probieren können Da am Rand zu fahren Nö Alter wo die schon wieder ist Ja Das nennt man wohl Pech Aber der Vorteil ist ja Da verliert man keine Leben Ja. So, jetzt kann ich aber aufdrehen. Das lasse ich nicht doch mal zu. Toll, wird gleich vom Donkey Kong aufgehalten. Jetzt reicht's mir. Boom. Kommt her, ich mach euch Platz. Was ist mit diesen Steinblöcken? Die spacken mir zu sehr ab. Wow. Der Rückstoß ist mies. Da ist es sehr böse, dass man da rutscht. Oh. Ich darf nicht so hin und her, so links rechts machen. Oh. Moment, den hebe ich mir noch auf. Mama Mia. Ah. Alter. So. Jetzt aber. Hm. Muss aufholen. Du bist der Erste. Na, kein Hintergrund. Aber schon mal einen erwischt. Yoshi erwischt. Peach erwischt. Warum rutschen die alle aus? Was ist denn da los? Die haben ja schon wieder einen Drehwurm. Oh, endlich mal hat Peach einen Drehwurm gehabt. Oh, wo ist sie? Ich seh sie nicht. Sie ist runtergefallen. Wie geil. Jetzt kann mir der Rest wurscht sein. Jetzt darf ich halt nur nicht so dumm verrecken wie vorhin. Ja, schick ich weg. Danke sehr. Der ist nicht mal richtig in die Luft geflogen. Oh, jetzt hat ein Pitchenstern. Jetzt rastet sie aus. Ich höre ihn schon. Oh, ausgerutscht. Oh, ein Stern. Der setze ich besser gleich ein. Mach ich wieder einen Glitch? Nö. So. Schön nach vorn gekommen. Nein. Oh. Hä? Ist der Eis stecken geblieben? Verstehe mal die Logik dieses Spiels. Donkey Kong ist mir egal. Aber ich muss aufpassen, dass ich mir jetzt gegenfahre. Nein, Peach ist mir nicht egal. Geh weg. Oh, gut. Ich habe Peach getroffen. Ich habe Peach getroffen. Das ist schön. Und Peach hat keinen Bock mehr auf... Äh... ...auf mich zuzukommen. ...auf mich zuzukommen. Jetzt kannst du auf mich zukommen. Hehe. Komm her. Komm her. Komm her. Oh. Boah! Wo ist denn die jetzt hingefetzt? Jedenfalls stecke ich jetzt fest. Okay. Oh, geschafft. Huiuiui. Das war was. Oh Gott. Pilch hat schon die ganze Zeit rumgenervt. Oh, ich bin trotzdem erst geworden. Und Toad hinten in der Ecke. Ich glaube, nachdem mache ich wieder Toho... Entweder mache ich Toho 10 X-Stage, probiere ich wieder mal, oder Toho 12 X-Stage. Weil ich wusste auch mal vorankommen, das kann nicht sein. Wenn die sagen, dass Suwako so einfach wäre... Ja, ich frage aber mich schon, wie lange sie gebraucht haben, bis das die, äh, geschafft haben. Ja. Bäh. Kann ich reden. Nee. Bis das die Suwako geschafft haben. Konkretulatation. Konkretulatation. Ich habe dich. Konkretulatation. So. Na gut. Dann haben wir sowieso nur noch einen Cup. Gut. Dann mache ich kurz wieder mal einen Cut. Einen Schnitt oder sonst irgendwas. Na gut. Ja, okay. Bis gleich.